Ah, das ist gut. Ich glaube, wir waren in der Wand, ne? LOL Ups, ich will mal kursieren. Okay, wo war es so gefreut? Da ist es ja! Wir kommen zurück! Was macht so ein Demo-Type hier? Oh ne, ist ja gar nicht so ein Demo-Type. Das ist so aus dem Demo-Type mit dem Ding. Ja, wenn das Ding da hinwirken. Wo hat der da? Ja, genau. Auf dem So-Warum. Yeah! So stehe ich auch immer. Verstehst du? Ja, du machst es auch immer. Oh mein Gott, das Bild ist so süß. Wir werden auch noch um! Paniage! Mal zwei! Oh Gott! Zu viel! Das ist auch doppelt. Nee. Muss ich mich kurz orientieren? Okay, ich weiß, was passiert. Ich auch. Ich glaube dann links. Das ist schon wieder links, oder? Ja! Ah ja, okay. Ja, das ist es. Aua! Wir schon wieder! Nein! Nein! Fuck! Nein! Das fühlt sich nicht sehr gesund an. Ziege, wieso? Warum tust du das? Warum tust du das? Nimm! Nimm! Aaaaah! Ziege, tu mir das nicht an! Komm schon! Aaaaah! Und wieder nach oben! Okay, schön! Und wieder nach oben! Wann so schön war nochmal! Okay, nicht darauf landen! Spring gleich da unten! Ich hab's kapiert! Ich liebe diese Schatten von der Ziege! Ja, echt! Ja, echt! Und nochmal nach oben! Wann so schön war nochmal! Oh yeah! Da kommt auch Freude auf! Schrocken! Ach, ich hab's kapiert, dassaut tut! Jetzt sag ich, dass wir wieder... Was ist? Oh, oh, äh... Hä, wo sind wir? Nein! Neuinn! Sind wir aus nem Bauchschuh rausgefallen oder was? Oh Gott! Dah... Yah... Wir sind wieder unten! Ja! Ich glaube, wir sind nicht rechtzeitig ausgestiegen. Das kann sein! Was ist da drin? Was ist da drin? Ich bin getraut. Ja, das ist die Frage. Ah! Ich sehe ein Licht! Okay. Du stehst im Weg! Ich schäme dich! Okay. Ja! Da lande ich nicht! Einfach runter! Oh! Ach, was sagst! Leute, da ist noch eine Ziege drin! Ja! So Leute, fahrt ihr Arsch! Tanz, ihr Leute! Tanzt! Und Messie nicht! Ach, schön! Okay! Und da sind wir jetzt in das Machtratzen! Jaaaa! Wie ist das denn da Machtratzen? Jaaaa! Okay! Geh ins Wasser! Ich dachte, geh ins Wasser! Du bist nicht im Wasser! Doch, und schau! Nur einfach mal verdauen! Ja, aber in jedem falschen Wasser! Ich glaube, dass jemand ertrunken! Warte, ich will die mal raus! Komm her! Okay! Alles klar! Alles klar! Ich rette dich! Hier, bitteschön! Hast du noch eine Behandlung? Er ist tot! Oh! Ne, er ist betrunken, glaube ich! Das ist ein Luftfläschen! Yeah! Ziegenstattel, Ziegenstattel, Ziegenstattel! Meins! Meins! Er ist tot! Ja! Aber ne, dann kommen noch diese Luftflasen! Also muss er noch ein bisschen atmen, oder? Ja! Lebst du doch! Hallo! Lebe wieder! Ich sagte, lebe wieder! Tanze! Was? Du sollst tanzen! Auch wenn du ein Zombie bist! Tanze! Du sollst einfach noch mal tanzen! Echt! Weil die macht tanzen! Ne! Die hängen aus der Wand! Okay! Yeah! Gut zu wissen! Ich krieg mir das auch noch! Wasser? Okay! Los! Ertrink nochmal! So! Viel Spaß! Da ist der Beziehungswerk! Die Ziege! Die hoch und runter springt! Okay! Ja! Okay! Hey! Was haben wir hier? Nichts! Schön! Die Stadt! Oh! Bin ich hoch! Die kann ich nicht! Nein! Ich würd da ja eher nicht hoch nehmen, weil hinten wir gerade fest! Oh ja! Stimmt! Jetzt will ich's umso mehr! Keine wilde Idee! Nee! 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 Okay! Die Musik ist etwas nicht ehrlich! Ja! Hey! Hier wird's nicht durch den Jugendspark! Irgendwann sind die Ärzte waren dran! Dann müssen wir weiter mal hier! Warte ich will nicht allein springen! Moment! Ähm! Du kommst mit! Schleck! Skillshot! Ja! Okay! Gut! Du kommst mit mir! Follow me! Bleib mir im Wasser! Nein! Wir schütteln! Oh! Laufenstraße! Okay! Oh! Oh! Hier geht's auch! Oder? Ach komm schon! Das Stück schaust du doch wohl noch! Huiiii! Äh! Ja! Ich hab's geschafft! Der auch rum zu rollen! Oh! Er tanzt immer noch! Siehste! Mir geht's nicht mehr! Lebst du noch? Hab ich ihn noch angeschlickt? Hallo? Komm mit! Komm mit! Ich lasse ihn nicht zurück! Okay! Aber er kann wieder tanzen! Ja, ich glaube er! Also du kommst mit! Du kommst mit! Jetzt! Wo ist er denn? Hallo? Oh! Da ist der übertrunkene Typ! Da nehme ich dich mehr! Ich dachte, er wäre im Wasser gelandet! Ja! Er ist ja auf den Stein gelandet! Okay! Dann nehmen wir halt dich! Jetzt ist er erst recht groß! Ich hoffe, der erfolgt uns wenigstens! Ja! Versteck dich und tanzt! Das ist gut! Du stehst den Weg! Okay! Wo sind wir zum Vergnügen gekommen? Ach ja hier! Es ist ein bisschen rausgebrannt! Moment! Der Weg! Scheiße! So! Hier lang! Idiot! Sonntagsfahrer! Meine Buffer kann in Minecraft-Party-Ziege! Was ist gerade geschahen? Äh... Geschahen genau! Geschahen! Ja! Was ist gerade geschahen? Geschahen! Okay! Achterbahnfahrn! Yay! Blumenkübel! Aua! Mein Buttrarez-Vlog! Mss, iss,ss,ss,ss, sss,ss, undss. TУ Is drinaler! Tuauniiinninninninninninninninninninnn mit Nathanуюinninninninnn! So! Wo geht es noch mal zur... ähm... Hingllinninnrinninninninninninninninninnnnnnn Achterbahn! Das war's! Ah hesitation! Huh disobedientinninninnnn! H Initiya! Hei... Okay, wo wird ein Eingang? Äh, ich muss sie überhoben, Chelsea weiss ich nur noch! Ja... Eingang, Oder beng ist dein, äh... Acht NEU sheriff fliegt den Film 시�quel... Ach, da! Okay, so, ich lass dich jetzt mal hier zurück. Leben dein Leben. Jetzt renke weiter. Soll mal recht sein. Nee. Moment, das war hier was anderes. Ach ja, das Elektrizitäts-Dingens. Na gut, ich muss mal was machen. Nö, nicht. Okay, schön. Wo gehst du immer von der Achterbahn hoch? Wo hier war das? Oh ja, hier! Das war der Fahrstuhl! Okay. Okay, ich will hier rein. Ja, jetzt geht's doch. Fahr dir im Fahrstuhl! Auf welcher Seite geht der jetzt auf? Hopp! Wo sind wir von der Kette rum? Ah, okay. Gut, zweite. Nee. Oh! Statue. Kreuz. Oh, da kannst du ja schon. Schleck. Okay, das wird jetzt lustig. Und? Ja komm, ha los! Oh yeah! Oh yeah! Das war eine so gute Idee! Kann ich den Witter drauf hören? Ja, tun wir. Siehst du? Sie hat uns gewassert. Ach, schön. Jetzt hängen wir nicht mehr dran! Das war scheiße! Die Achterbahn ist doof. Ah! Ich bin enttäuscht! Da hab ich mir mehr drauf vorgestellt! Ja! Saftladen! Ah! Da kommen wir nicht wieder! Geht doch nicht! Nein, da machen wir falsch! Wir können überall was haben! Aber nicht mehr hier! Sollt ihr verbockt! Ja, verkackt! Aber so, antworten! Das war richtig hart! Boing! Mir fehlt. Boing! So, ich bin ja nicht da ein! Du kommst mit! So! Lecklein! Okay! Und! Boing! 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 Nein, 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 nein! Zu weit! Es wird zu weit geboingt! Noll! Nein, 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 nein! Hm! Zu gut! Besser für Windmühle! Ja, genau! So, oh! Ich ziehe hier auf! Oh! Ja! Sitz in mir drin! Das sieht krank aus! Ja! Oh! Du musst zur Hölle! Okay, guck mal unbedingt in dein Verdehn. Komm, willst du gerne? Wieso? Moment! Kann ich das drehen? Hui! Hui! Steve! Hahaha! Hahaha! Oh Gott! Oh Mann! Lest du überhaupt noch? Was? Steve? Ah! Hi Steve! Und da ist dein Kopf! Wir haben mich gesehen! Na, mir geht's! Na, altes Haus! Siehst gut aus! Mit deiner Verhältnisse! Lebst du jetzt wieder? Steve? Steve ist immer noch tot! Aber jedenfalls ist das ein Kopf! Hi Steve! Wir sind jetzt noch gegangen! Wir sind zusammen! Ja! Was ist das im Wasser? Oh ja! Oh, hey! Hintern! Wir sind auf die Ziege gegangen! Sorry! Was ist hier passiert? Oder machen wir das? Ich glaub, wir waren doch! Oh, ups! Da können wir es auch zu Ende bringen! Hulk! Hulk of Doom! Wo sind wir? Oh, da sind wir! Ihr seid blöd! Wisst ihr das? Dir folgt mir nicht in die Freiheit! Das ist euer Verderb! Hier ist auch noch weiter! Ah, hier ist auch noch weiter! Oh, ne, auch nicht!" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa제��식 Oh, doch, tut's! Nients klären wir noch eine echt gute Idee! Die musst du nur hinfinden. Da oben sitzen Leute. Da oben auf dem Gebäude. Die eine steht mit nichts. Oh, da ist es. Ich nehme Rad mit. Was haben wir denn hier? Rote Kanister! Eine Karte! Was haben wir denn hier? Kannst du irgendwas lesen? Nee. Hey, ein Pilz! Thank you. Mushroom! What could go wrong? Das ist jetzt noch nichts. Okay. Ich habe irgendwie dem Pilz etwas mehr vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin. Ja, echt. Ich gebe ihm eine Kritik von... Das ist eine 2 von 5, würde ich sagen. Allein schon, weil die Brauchstwürfel nicht eintritt. Da, 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 da. Kannst rum. Okay. Geht's drauf. Und die andere Seite geht's auch da. Und jetzt mit der mal ein bisschen... Okay. Ne! 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 Nein! Lauf! Ach, geht doch. Ich wollte nicht mit dem Longboard, fass mal rein. Da, 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 da. Ja, da, da. Ich bin der Gezauchen. Das Wort hat schon Longboard. Wir brauchen nur unseren Körper. Super. So. Yay. Was schwebt da vor uns? Ein Pixel-Dings. Ja. Was ist das für ein Balken? Können wir auf unser Bein sein? Aber wir haben ja doch alle. Was schwebt da? Ich glaube, das wollen wir nicht wissen. Äh, ja. Das wollen wir echt nicht wissen. Oh, blöööööö. Huiiii. Huiiii. Wir haben's drauf. Huiiii. Nein, 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 nein. Huiiii. Oh, ja. Da brauch ich schon Skäpulo so ein Kram. Drück jetzt drauf. Ja, wir haben's richtig drauf. Huiiii. Und ins Haar rein. Oder auch nicht. Das muss so. Gott. Der Körper hat die noch auf den Rückgrat, sag mal! Ich glaube nicht. Oh nee, wieder. Oh Gott. Oh ja. Oh Gott. So, wie weit kommen wir denn hier? Nicht weit. Okay, schön. Auf in die Natur! Äh. Mit ein bisschen Mucke. So. Das muss sein. Die Natur muss Mucke sein. Jedenfalls hier. Sind das Vögel? Ja, ich glaube, es sollten Vögel sein. Interessante Viecher. Ich sehe ein Gras. Nee, das ist ein Blatter. Ach so. Das sind Blattervögel, weißt du? Nee. Genau. Was? Was ist... Ein Ufer! Oh mein Gott, ein Ufer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ziege! Das ist eine Ziege. Okay. Nehmen sie noch. Oh mein Gott, das ist ein Ufer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, da ist die Fabrik, das ist der Damm, glaube ich. Geht so irgendeinen Weg rein. Oh nee, Blöcke. So, kein Blöcke. Kann man hier auch rein? Ich will hier rein! Aber ich glaube, die Alienziege ist tot. Hey! Bolt of Death! Ja, wie geht's? Kann ich ein bisschen mit aufmachen? Ich will hier rein. I want in! Können wir nicht. Oh, das steht da gut! Wie komme ich hier rein? Oh, nehm, nehm. Aber du kommst mit Ziege! Das ist eine wirklich schöne Ziege. Wolltest du schon sagen. Sie ist so wunderschön! Folgt sie uns auch noch? Also, wenn man die Zunge hier wie sehen kann. Ne tut sie nicht. Wir müssen sie reanimieren! Lebe! 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 Er ist tief und jetzt darf sie nicht über die Benzin verlieren! Du schmeißt! Pssst! Wait for me! Hey! Lebst du jetzt wieder? Nein! Wenn du sie rumschmierst! Diese Ziege ist so wunderschön! Oh, du kommst jetzt mit mir! Ich höre sie noch Geräusche machen! Sie muss noch leben! Und sind das jetzt Vögel? Ich weiß es nicht! Ich kann die Geräusche nicht zuordnen! Vögelblätter! Ja, das sind Vögelblätter! Sie machen solche Geräusche! Sie klingen wie ein Quietschen! So, hier ist mein Raumschiff! Können wir ihn irgendwie wieder zum Leben erwecken? Ich will dich wohl laufen sehen! Von voriger Natur! Sie im Grundeingang! Nein, ist es nicht! Wo bin ich wieder gelandet? Äh! 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 Oh! Äh! Äh! Wo bin ich? Nein! Ah! Die Ziege sah da! Das ist schön! Land! Äh! Land! Ich glaub wir sind in diesen Damm reingefallen! Oh ja, das kann sein! Fertes Land! Ich rette dich, Ziege! Warte nur ab! Hier hinten kann ich dich reanimieren! Na komm schon! So ein Schluck! Neh! Neh! So! Lebst du jetzt wieder? Nein! Wirst du wohl nicht! Wehe du rutsch zurück! Ach bleib doch tot! Neh! Neh! Ein Staudammel was passiert, was hier vielleicht unterirdisch ist, wenn hier schon ein Ufo ist! Hä? Blätter! Neh! Wo war das denn da oben irgendwo? Da ist es ja! Vielleicht kommt man von unten irgendwo da rein! Irgendwie muss man da doch reinkommen! Wird er jetzt wirklich rein? Das muss irgendwie gehen! Ja! Komm schon! Ist doch geil! Okay, das ist Ufo! Wo bin ich denn das? Äh! Neh! 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 Gibt's keinen Eingang! Das ist doch Kacke! Jaaaa! Ich will da rein! M Sheikh! Niemm! Niem! Niem! Nee! ễ! Mäm! Nie! Das Ofo ist doof! Ich gehe weiter runter. Tch! Scheiße, Ufo! Mord sehen. Ich werde hier weiterkommen. Es wäre doch gelacht, dass ich gehen würde. Aber da ist doch ein Weg. Wieso ist dein Weg, wenn du nicht weiterkommst? Ja, genau. Wo geht mir nicht gerade laufen? Keine Ahnung. Okay, Gebirge, Gebirge und noch mehr Gebirge. Und wir sind drin. Oh, schön. Nein! Oh, wir sind gefallen. Oh, le, 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 le. Wo sind wir? Oh, okay. Das ist nur ein guter Stubelein. Ach, da sind wir. Okay. Oh nein. Da ist noch einer. Jetzt kann ich jetzt weg und weg sind. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Genial. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh nein. Oh mein Gott. Das ist so irbisch, ey. Geht sie noch weiter? Beste Game ever. Ich liebe dieses Spiel, ernsthaft. Nur mehr Gebirge. Geht sie jetzt... Nein, hier geht es auch nicht weiter. Unziehbare Wand. Ach, schön. Ich hasse unziehbare Wände. Willst du bitte rennen? Dankeschön. So, hier sind wir auch mal... Ich kann hier wenigstens weiter. Ja. Ja, nein. Mäh. Hier aber hin. Bei den anderen hatten sie wenigstens eine Mauer, aber hier haben sie nichts. Das ist doch Beschiss. Oh doch, doch. Es geht. Es geht. Ich laufe... Äh. 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 Näh. Was ist das gerade? What? Oh, eine Baummauer. Okay. Oh, das ist doch keine... Das ist eine vorne Mauer. Okay. Okay, haben kein Leben. Was ist... So, ich dachte, was... Wir sollen öfters in die Natur gehen. Das ist Wand. Das ist so Wand. Das sollten wir wirklich öfters machen. Wand. Ja, das ist so richtig Wand. Echt sandig. Ja, das ist so wandig. Das sollten wir irgendwie mal wiederholen. Äh. Äh. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Okay. Äh. Wir sind durch... Wir sind durch den Felsen gelaufen. Okay. Näh. Näh. Äh. Ja. Ich kenne einfach nur geradeaus. Oh, wir sind wieder weiter. Unten. Loll. Wo laufen wir jetzt? Äh. Äh. Okay. Jetzt war es zum Blumen. Okay. Hahaha. Hahaha. Und jetzt... Oh, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Wir sind immer aus dem Umlauf. Okay, fast aus dem Umlauf. Halb aus dem Um. Und Wand. 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 Felsen. Durch den Felsen. Äh. Äh. Bist du, glaube ich, gerade gegen das Auflade-Dingens? Bist du da raus? Okay, okay, er ist raus, oder? Kannst du mal das so lange schon wieder reinstecken? Ja. Dankeschön. Ja, kannst du wieder ran. Warte? Nee. Das ist... Ja. Ich lasse mal weiter. Jetzt müssen wir noch andersrum, außenrum. Hahaha. Das ist okay, ja. Okay. Wir laufen durch Steine. Ja. Technische Probleme. Ja, bisschen. Ich werde jetzt hier etwas bauen. Faria! So, okay. Was bauen wir denn? Oh, ein Text, du. Ich finde die Dinge schön. Oh, ich finde das gut nicht. Nein, fällt. Nya. Nya, wir haben immer bauen. Nya. Nya. Oh, ich kann es nicht wegmachen. Oh, das ist gut. Nya. Nya, sie soll genau da hin. Ja, wo die Lukas. Komm schon. Komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Dammit. Ach so, pass. So. Es ist wunderschön. Keine Widerworte. Genau so soll das aussehen. Der Schnee in der Zwischenzeit. Der Schnee in der Zwischenzeit. So, okay. Ganz auf doch. Mit Moko, okay. Das ist gut. So, ich muss jetzt mal wieder rausfinden. Wieder zu den Windmühlen. Vielleicht gibt es dann noch mehr Blöcke. Das wird auch wirklich gut. Und hier. So stolpert man! Mya. Mya, 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 mya. Mya. So. Nein! Da wollte ich nicht hin. Wir sind da drunter. Nicht schon wieder. Das passiert mir nicht nochmal. Könntest du da? Dankeschön! Oh, mein Herz. Die Ziege machen mich fertig. Na, sitzt du gut? Na, tanzt du gut? Jetzt nicht mehr. So. Das musste sein. Meine Leute reinschweißen. Das ist doch schön. So, und zur anderen Seite. Wir gucken, was wir uns da noch erwarten werden. Sketch out. Okay. Wie es sich dabei dreht. Wir brauchen schon ein Rückgrat. Das ist immer bewertet. Das ist so ganz fein. Gut. Challenge oder so, will ich nicht. Okay. Strand und so ein Gedöns. Und Felsen. Waren wir ja schon mal. Nein. 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 Okay, ich nehme die Ventilator. Die Ventilator sind mir jetzt gerade so was von sympathischer. Ja. Die Felsen. Ich will nicht wieder in den Felsen rennen. Okay. Huiiii. Obwohl, das ist auch ein Weg. Ach, scheiße. Gut. Oh, was haben wir denn? Ja! Ja! Störme dich bei irgendwas! Was? Oh ja. Das musste sein. Toine. Da muss ich zerschören. Das ist... Geht es dir weiter, ist jetzt auch noch eine unsichtbare Mauer? Ich glaube, du bef redehst du mit einer unsichtbaren Mauer! Das wäre trotzdem ganz weit für irgendwo geblieben, aber okay. Ah, okay! Ahn.. N manten núse! Na, was sollst? Und wir zurück! Okay, da müssen wir nicht lang gehen, nicht lang gehen. Das ist so aus, Magu, was es wär, das zu wissen! Wir sind zu meines Erfahrungen reicher geworden. Dieses.. So wird Schwommen! Und nicht an das! Lärkt euch das! Lebenswasser. Genau. Äh, ja. Lebstes Halten von der Minecraft-Disco-Siege. So schwimmen. Die kann man nur ernst nehmen. Pasta! Land! So geht man an Land. Genau. Dann rollt sich drauf und dann... Nein! Das ist nämlich scheiße. Okay. Huiiiiiii! Huiiiiiii! Blablabla. Noch ein Brot auf der... Wie viel Schöpflin in den Gang gibt's eigentlich? Du kommst jetzt nicht. Nein, du kommst... Du kommst mit! So! Keine Widerworte. Okay, du nervst. Wir werden anders nerven. Okay, dann nicht runter springen. Das hab ich schon mal kapiert. Okay, da sind die Windmühlen. Aber da muss ich dann weiter gehen. Auf mit die Natur! Wider! Da kommt eine Wand! Dann wird die stinkig. Baum! So, testen wir über die grenzen des Spiels! Und hier liegen sie anscheinend. Nananana, nit 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 nit. will ich weiter? Nnn... Nnn... Nnnnn... Nnnnnnn! Nnnn... Nein! Nnnnn... Nnnnn... Oh, doch! Wir sind frei! Wir sollten ja weggehen! Es wird nun nicht schon. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir hier gelandet? Oh Gott. Hier sind wir! Nein! Lauf da hoch! Komm schon, komm schon! Geh doch! Ich muss noch mal dieses... Das kann doch ganz super sein! Das ist einfach nicht möglich! Ah ja, hier. Oh, das ist ja schon mal hier! Ich glaube, dass es hier eine richtige Fabrik ist. Das kann ich aber nicht, wie sie gut sieht. Oh, das tut mir leid! So ein Poke of Doom! Kann ich anders! Ja, pass! Chance! Da war es mit dem Helikopter! Da ist der Helikopter! Ich bin hier lang! Das ist so süß! Okay! Kommen wir irgendwie rein oder hoch oder so? Komm schon! Määä! Oh! Oh, I'm sorry! Haste mir leid? Oh, roooola! Da ist ja auch einfach so! Wie geht es? Was ist denn da noch hoch? Oh, roooola! Ah! Ne, doch nicht. Ah! Rennen, 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 rennen! Nein! Gut, daneben nicht! Tschö! Wenn du nichts willst! Ha! Wir versuchen keine Verschwörung zu denken, aber bitte! Wie du willst! So, wo endet das denn hier? Linien im Wasser, schön! Sehr schön! Wie soll ich jetzt hier schwimmen gehen? Das ist so schön jetzt! Ich hab' nur Gefühl, dass die Wand kommen wird, aber okay. Und? Wir schwimmen ins... Schau. Ah, okay. Wir werden gegen die Wand. Es geht noch weiter. Es geht noch, 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 es geht noch! Verrührt! Wir sind am Grenze, der spielt. Ne, und wer ist? Äh... 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 Was ist gerade passiert? Was passiert da? Äh... Wir müssen sagen, wir machen Ende, hä? Ja. Also, es war letztendlich, der war, äh... Ich hab's noch vergessen. Gott, wir werden wieder! Da hab ich viel depart, ich hab' wahrscheinlich jemanden mal geschnitten. Danke fürs Eingucken! Ja! 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 Oh, wo ist die Maus? Gott, ist das Lamm! Danke fürs Eingucken und Schiss! Oh Gott! Ah! 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 Ah!